So, heute im Test für euch von Jorge, die Colourve Kulki, also Color Crackling Balls. Die Rückseite von der Verpackung waren in so einem Plastiktütchen drin. So sehen die aus, verschiedene Farben und ja, da wird jetzt einer mal gezündet hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich mach das jetzt mal ein bisschen komischer. So, nehmen wir den. Okay, der ist außen. Ja, Moment. Was haben wir denn hier? So, okay. Ja, das war jetzt nicht so geil. Direkt einen anderen, zweiten. So, hier haben wir ihn. Oh, okay. Okay, und machen wir einen letzten. Und zwar den blauen noch. Der war eigentlich am besten. Okay. Okay. Okay.